Warte mal, hier geht es ja noch weiter runter rüber. Ah ne, hier, das war der Knapppunkt, genau. Das war das Problem. Der hier. Scheiße. Die Bushaltestellen. Die Bushaltestellen. Passen, glaube ich, dazu. Achtung, Achtung, Zigarren, Zigaretten, Pfeifen, Bügeleisen. Leicht übertrieben, die drei Bushaltestellen, aber okay. Das heißt, man kann sich auch dieses Grüngeraffel hier spüren. Bahn. Ne, wir nehmen es weiter hin. Wir nehmen es weiter hin auf der Höhe. Auf der Höhe fliegt es aber weg. So, da kommt ein Tor hin. So. So. Das sollte man so nicht bauen, sonst fühlt die Mauer hässlich aus. So, aber. So. So. Torpumpen da noch rein. Gut, die Mine kommt weg. Ohne Frage der Zeit. Der Weg hier ist auch übertrieben. Frage, wo könnte der andocken da oben? Flucht hat er keine zur Brücke. Also er hätte noch Flucht, aber das... Moment, was schlägt er uns denn vor, wenn wir da bauen würden? Jo, zieht durch. Hier kommt noch Deko-Gekumpels hin, das ist, wir lassen es uns mal so, weil ich dann weiß, was wir da hinten dran setzen. Im Abschluss hätte man die Flucht haben wir auch bis hier hinten, wir wissen ja auch nicht, was da passiert. noch da mal geplant. Äh, das ist hier ein zauberer Abschluss. Und dann können wir uns von dem Weg hier auch mal verabschieden. so wie von... Mal aufpassen. Hier liegt ja keiner mehr durch bei den Gleisen. Hier geht's wohl nach oben, ja. Hier geht's wohl nach oben, ja. Du kannst weg. Das ist hier falsch gesetzt. Deswegen geht's auch hier nicht mehr auf. Das Gleis muss hier auch runter. Wo geht's dann entlang? Ja. Wenn wir hier noch schauen, wegen der Brücke. Unternehmerklassen, genau die obere muss da ausweichen. So. Um den Weg machen wir uns später Gedanken, wenn wir ihn haben. So. Oh, der Ölanschluss. Hier schadet am... Äh, der Schmerzschadels wandert einfach eins drüber. Jetzt ist es auch auf. So. Ch imprisoned. So. I-m-m-, So. Ich glaube den Leacap brauchen meine Germans vorne ein am Ölhafen. Was noch brauchen wir? Den Zauber am Abschluss. Es sieht nur, wir befinden uns in bester Gesellschaft. So langsam kommen die guten Items. Kommodore, der macht Damage. Ne, er verhindert Damage. Der wird auch für die Expo genommen. Da kann man nichts mehr machen. Ich wächst mal wieder ins kosmetische Pfeil. Ich treffe wieder in den Leuchtturm. Eine auch reicht. Hier würden jetzt Lagerhäuser passen. Hier würden jetzt Lagerhäuser passen. Fässer voller Wagen, nein. Sie spielen schon seit sechs Stunden. Wetten, dass ihr Imperium auch einen Moment ohne sie auskommt? So. 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 Das Rathaus zeigt bewusst zum Turihafen. Hier haben wir nur eine Bushaltestelle, das ist ein bisschen wenig. Das Rathaus zeigt den Turihafen Süd. Und Nord. Dann gibt es hier glaube ich auch die Haltesteller. Die Überdachter. Das passt einigermaßen gut zusammen oder auch eine Markthalle passt da. Da passt es zu dir, der Knäck. Der Knäck. Ah, da schaut sie weg. Da schaut sie weg. Das sieht schon ein bisschen arg voll geramscht aus hier. Das ist ein bisschen das Traum vom Pflögen. Ja, ne. Die gucken wir auch. Hm. Palasz-Säule schon eher. Mal den dann hinten fahren. So. Wie sie sehen, haben wir beide was davon. So. Wo man den berühmten Komponisten Erich Zandt zuletzt in der Nacht Geige spielen hörte. Dann kriegt man da so ein kleiner Platz ein. Weil der sollte eigentlich dahin sein. Jetzt ist ja gleich Kaffee, wenn sie kommen. Opa. So. So, wie kann man das Mad 1 weiter gestalten. Ob der Weg jetzt da verlorent oder da ist auch mal. Hier würde mal eine verlieren. Ein kleiner Schleichweg. Er spielt auch noch. Moin, grüß ich, Gamowia. Jo, seit ein paar Tagen wird er. Da haben wir uns gesagt, wo soll die Stelle? Kann so laut sein, die muss so sein. Dann kommt das Café wieder weg. Doch, die lassen wir so schön, dann spielt es auch raus. Aber hier geht es ganz hin. Vielleicht die Straße muss auch da verlaufen. Also ich habe es privat vor ein paar Wochen wieder angefangen. Da würde ich gar nicht viel gegen machen. So. Und den großen Spielstand hat es mir zerhackelt. Das ist der Kick da gemacht. Deswegen habe ich quasi bei Null wieder angefangen. Einziger Vorteil, wir haben die ganzen Items noch. Also steht auch noch nicht viel. Das hier ist Kraut und Rübe. Also in der alten Welt steht mal der. Was ist hier das? Ach so, jo. Weil es die ganzen Sockel rauskauen hat in Manchester. Vermutlich schwer. Aber das war einfach ein zweifelmal laut Footprint. Oder auch nicht. Hacke. Was haben wir hier? Hacke. Der Polier war wohl da drin. Da war Footprint drin. Machen wir mal die Einfachen wieder rein. Da oben müsste auch Footprint rein. Ah, geht noch nicht. Hier Footprint. Da müsste auch Footprint sein. Und auch hier. Dann passt irgendwas nicht. Ne, hier hat man kein Footprint geplant. Da war irgendwas anders geplant. Der Bohrer war bei den geplanten Lehmgruben. Das müsste irgendwas sein, was wir noch doppelt haben. Echamel wahrscheinlich. Seilfahrten gehen auf sämtliche Minen. Dür ich mit Event-Wochnende bei uns? Ja. Ich wollte mir die Season 4 mal angucken. Dann habe ich das alles hier hingestückelt gehabt in... Nu Havanna hieß die Insel. Aber das hat mir jetzt nicht gefallen. Und das Problem war dann die Luftposter noch einzubinden. Okay. Dann habe ich festgestellt, die ganzen Lebensqualitäten, die neu kamen. Die Produktion hat ausgelegt gewesen bei... Was waren es? Inbestruhen? Die brauchen ja jetzt hier Bärenfelle. Arktis vergieß es mit dem alten Spielstand. Und dann ging er auch nicht mehr. Da habe ich gesagt, komm ich fange nochmal neu an. Wir werden beobachtet. Warum ist hier zu... Lachen? Ja, hat das vorhin. So, dann kommt aber hier noch Footprints rein. Geht hier noch dazu wahrscheinlich rein, oder? Ah, hier hinten haben wir ja auch noch. Hier kommt die rein, oder? Wir haben die Kapazitäten ausgeschöpft. Wir brauchen ihren Arbeitskräften. Ist der verrückt? 250. Dann ist hier... Definitiv hier Innovative drin gewesen. So, jetzt haben wir jetzt noch offen. Ein Footprint. Der kommt da oben rein. Ja, dann passt es wieder. Wer weiß, was da drin kracht... Ja, da ist ein ganz anderer... Da wird mehr wie Apfelsaft getrunken. Dann gehen wir fix in Schwarzwald. Gucken wir uns da... Also das ist die einzige Insel, die bisher fertig ist. Also das ist die einzige Insel, die bisher fertig ist. Und die Trudensichel rein. Was hier ist der Polier? Jo, Ziegelein... Moment. Der Ziegelein im Betonwerk. Alles hier wird Bettung gemacht. Jo, passt. Alles hier wird Bettung gemacht. Jo, passt. B Purrava in der Lehmgrube, die da stehen wird irgendwann. Wollen wir jetzt noch eine Innovative wieder über... Ah, für die Fischerei. Gut, zur Hölle kommt der Ferras hin. Ah, da hinten. Da ist die Druidensichel drin, genau. Die rutscht eins runter, die teutonische. Dann passt das. Hier, da war die Handelskammer. Das müssen wir noch ein-, zweimal machen. Dann haben wir es endlich geschafft, wenn der Palasch sitzt. Da muss noch eine Handelskammer sein. Alles verteilt außer der Ferras, genau. Und London. Und dann haben wir den Sockel, nee, da haben wir keinen Sockel eingestellt. Einfach mal die Minen angeschlossen, ähm, die Lehmgrube angeschlossen und die Minen und fertig. Oder auch nicht. Moment, die Handelskammer können wir doch jetzt bauen. Ölraffinerie, man macht das so, ja. Offizier steht, beeinflusst alle Eisenhütten und Schmieden. Was hat da eine Ölraffinerie gesucht? Aber es geht. Die Seilfahrt will er nicht mehr akzeptieren bei... ...bein Zementmine. So, der sitzt, der sitzt einfach mal hier, damit er sitzt, aber der bleibt da nicht. Vielleicht setzt man den Zug ein ins Stadtzentrum rein. Als Mittelpunkt zwischen zwei Banken. So, gehen wir wieder zurück. Nach New York. Da war ja noch was. Also Ölhafen würde ich so, wie ich jetzt mal noch nicht stehen lassen. Da vorne haben wir noch Deko-Krempel. Das ist drei breit. Was würde hier passen? Hm, Speicherstand. Industrie-Kranaut 4. Lager aus A2. Ah. Irgendwie sitzen die verkehrt rum. Oh, jetzt passt's. Ich glaube, die würde ich auch da reinsetzen wollen, dass Feldwasser frei ist. Genau, mit den Kiften. Für uns, die Wand. Ja, so. Das sieht echt komisch aus hier. Ich kann mich mit der Ecke da noch nicht anfreuen. Im Endeffekt könnte man's zumachen mit Kaimauern. Jo, das probieren wir mal. Das ist schön, nicht zu sehen. Das ist schön, nicht zu sehen. Das ist schön, nicht zu sehen. Optisch gefahren. Oh. 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 Oh, oh. 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 So, okay, so I have a good time. The same on my own mind pack. Man, da waren irgendwelche Getränkestände und sowas, aber auch noch wegen des Pendlerkeits, der ist jetzt da hinten. Immer nur müssen wir noch bauen. Das muss ja gehen. Ja, das geht auch noch hier vorne, da geht's los. Der ganze Block geht doch. Da bauen wir Lager. Da war die abgedeckte. Eine Trakasse. So, weil's oben bündig wird. Oh, Moment. So. Macht auch der Weg wieder ein bisschen. Da war's. Da war's. Da war's. Da war's. Da war's. Da war's. Da ist jetzt der Pendlerkeil. Da war's. 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 Seitungsstrand. Hier ist ein verheißender Hafen. Was für ein schöner Hafen. Ist was für Troopies. Flüchte der Stadthauern passen wir auch nicht rein. Die anderen sind größer. Die Markthalle passt auch hier rein. Keine Handelskommas setzen. Bei Markthallen ist gut. Das wird sich auch anbieten. Die hier, sondern die zweite. Die hier, genau. Alles klar, danke dir fürs Reinschauen. Schönen Abend noch. Mal hier auch Spaß eine Bushaltestelle hinstellen. Wir mischen jetzt schon wieder mit den Items. Achso, jo. Deswegen. Problem erkannt. Wir kommen eigentlich Industrie. Brachcontainer stellen. Mit Betonboden arbeiten. Die in Lintercept würden. Wenn das hier auch nicht zurückfassen. Jetzt oder? Dann kommt die Stad. Die in Lumpel. Dort kann man ganz sicher sein. Dann nehmen sie den Stad. Dann nehmen sie den Stad. Dann nehmen sie die Stad. Dann ist sie den Stad. Das wollen wir mal zu extrem ausprobieren, dieser Mix aus, Heimauer und Bettungboden. Geht. Dann machen wir so, wir setzen maximal die Keimauer, wo sie geht. Der Rest würde ich mit Beton verkleiden, da würde ich gar nicht zu mir den Lippes hinstellen. Das Auge guckt da aus. Schön, dich zu sehen, Auge. Das ist schon unkürt, das Auge. So. Boah, hier vorne gleicher Speer. Ja. Das sieht deutlich ruhiger aus in China als davor. Zu dem kommen wir irgendwann, wenn wir wissen, was da produziert wird. Hier gibt es auch noch einen Zeitungsstand, das reicht. Hier gibt es auch noch einen Zeitungsstand, das reicht. Jetzt geht hier die Reihe, wie weit? Bis davor, sehr gut. Ah, da hinten ist jetzt noch Gras. So, dann bauen wir der Rest auch mit Gras, so. Bzw. nö, wir bauen hier noch... Zwei, vier, sechs, acht... Zwei, vier, sechs, acht... Zwei, vier, sechs, acht... Ich sehe, wir bauen hier Frachtstapel. Nicht nur die, sondern die hier. Da oben ist noch eine Richter offen. Also muss hier weg. So, dann haben wir es doch. Haben wir es doch. Jetzt sieht es hier aus. Ja, arbeitstechnisch passt es wieder mit den Items im vierten Soccer. Das ist mein Aufkommen von der Höhe. Was ist das? Das ist unruhig. Das sind die Tanks. Die kommen wahrscheinlich weg. Da hin oder drüben hin. Mal gucken. Je nachdem was hier produziert wird. So, jetzt spannende Frage. Wolle mal die Investoren rausholen aus dem Bereich. Irgendwohin setzen temporär. Und ein paar Last endgültig setzen. Könnt man nicht machen dazu. Ich weiß, wo man das hier hin darf. Das war ja diese ohne gebrauchten Regel zum Handeln Geschichte. Da dürft ihr doch schon mit dein oder dein direkt Investoren reinpassen. Stromtechnisch aus. Ja gut, haben sie ja keinen Strom. Haben sie keinen Strom kurz. So. Der Block kann passen. Ah, der passt schon noch. Dir zu trauen wäre äußerst leichtsinnig. Du, 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 du. Du, du, du. Du, du, du. Du, du, du. Du, 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 du. Du, 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 du. Monster jetzt schon darum, dass Ingenieure fehlen. Warum fehlen wir jetzt wieder eh schon wieder? Was abgefackelt? Oh, hier kommen auf jeden Fall Kraftwerkstellen an der Ecke. Ich dürfte die versorgen. Es sind immer mehr die fehlen. Wann geht's hier denn mal weiter? Gut, hier brauchen wir eh keine Arbeitskräfte. Wer braucht Arbeitskräfte? Wo brauchen wir hier Ingenieure? Ja. Ah, jo, das Kraftwerk, klar. Da steht noch ein Marktplatz. Okay. 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 So, wir werden ja noch ein paar Jahre wieder verraten. Verbehalten sich schon so gut. Das ist so wichtig. so den marktplatz kommen die schule kann auslassen wir mal noch die bank die 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 Ahem. 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 Und da dürfte man schon raus sein. Dann können wir jetzt hier nach unten beziehen. Hier. In hier rüber. Ah ja, zwischendrin muss man sowas auch mal noch bauen. Da ist es setzen. Ah nett, gerade wo die Punk steht. Oh, da ist doch nicht mehr. Das ist doch nicht mehr. Das ist doch nicht mehr. Okay, warte. Warte, warte. Musik Ich brauche mal das Kraft, ich brauche kein Feuer, dann hier. Ich brauche kein Feuer, ich brauche kein Feuer, ich brauche kein Feuer. Ich brauche kein Feuer, ich brauche kein Feuer, ich brauche kein Feuer. Ich brauche kein Feuer, ich brauche kein Feuer, ich brauche kein Feuer. Ich brauche kein Feuer, ich brauche kein Feuer, ich brauche kein Feuer. Ich brauche kein Feuer, ich brauche kein Feuer. Ah, das war die Nase. Zwecksbesuche. Ah, das ist auch noch ein Slot frei, joh. Mh, Nase. Da haben wir uns den Einfluss. Das müsste passen. Mh, Nase. 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 falsch jetzt aber ja rathaus sitzt was drin ist drin genau die nonna bis immer genannt louis und sophie's man jetzt keine layout erscheint schon gestempelt vom pallasch zu sein reiß ich es trotzdem mal ab außer dass hier das blöd schon mal stehen ja